Mit diesem einfachen Trick gewinnst du sofort das Vertrauen deiner Kunden und generierst es zehnfache an Aufträgen. Bei mir selbst funktioniert das wirklich schon seit Jahren und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann verrate ich dir sogar noch einen richtigen krassen Spezialtipp. Heute will ich dir zeigen, wie ich meine Kunden generiere und natürlich auch von Anfang an sofort das Vertrauen gewinne. Ich persönlich arbeite mit Testimonials. Was ist das eigentlich? Das ist grundsätzlich ein Arbeitszeugnis deiner Kunden, die letzten Endes als werbende Personen für dich auftreten, um deine Marke nochmal richtig hoch zu pushen und aufzubauen. Sie promoten dich quasi als Werbebotschafter und sorgen dafür, dass die Qualität und Nützlichkeit und sogar deine Preiswürdigkeit, deines Produkts oder deiner Dienstleistung richtig nach oben schießt. Das berühmteste Beispiel, finde ich, ist als Testimonial George Clooney für Nespresso. Es muss nicht immer ein Promi sein, aber am Ende zeige ich dir noch einen kleinen Trick, wie ich schon angekündigt habe. Ein Testimonial erhöht sofort deine Glaubwürdigkeit und stärkt das Vertrauen zu dir und zu deinem Unternehmen. Besonders cool finde ich Testimonials, Arbeitszeugnisse als Video oder natürlich auch als Text. Wichtig ist, dass du Testimonials nach Zielgruppen einsetzt. Das heißt, dein potenzieller neuer Auftraggeber sollte natürlich sich auch identifizieren können mit deinem Testimonial. Das schaffst du relativ gut, indem du deine Zielgruppe natürlich im Voraus genau analysiert hast und weißt, wie ungefähr dein perfekter Zielkunde aussieht. Und genau so ein Testimonial, so einen Werbebotschafter solltest du dir natürlich suchen. Jetzt verrate ich dir aber meine 5 Ks für die perfekten Testimonials. Als erstes sollte dein Testimonial kurz und knackig sein. Also sorg wirklich dafür, dass man in der Kürze sofort erkennt, dass du und dein Unternehmen wirklich erfolgreich bist und dass das natürlich auch den absoluten Kundennutzen liefert. Besonders wichtig sind auch konkrete Formulierungen und natürlich auch Details. Gerade bei extrem kurzen Testimonials ist es umso wichtiger, dass man sofort auf den Punkt kommt und dein potenzieller Neukunde auch sofort den Nutzen für sich erkennt. Das nächste K bedeutet keine freie Formulierung. Lass deinem Testimonial oder deinem Werbegeber bitte nicht zu viel Freiraum, denn das kann eventuell dazu beitragen, dass es am Ende kein perfektes Testimonial ist. Deswegen stell am besten Fragen und mach es so, dass du dann aus diesen Antworten selbst nochmal das perfekte Testimonial formulierst und natürlich am Ende absegnen lässt. Gerade als Immobilienmakler ist die Frage toll, wie sicher hast du dich in der Vermarktungszeit mit mir als Makler gefühlt. Das nächste K bedeutet Keywords verwenden. Und zwar ist es ja heutzutage so, dass wir über Google gefunden werden und hier solltest du wirklich Keywords nutzen, die für potenzielle Interessenten auch interessant sind. Das heißt also, was googelt ein potenzieller Auftraggeber und das solltest du dann am Ende auch in deinem Testimonial mit verankern. Das letzte K heißt keine Fakes und damit meine ich wirklich bitte nicht zum Beispiel Anja S. aus M. Punkt. Ja, also solche Testimonials bitte nicht nutzen. Hier empfehle ich wirklich ganz klar mit Namen und mit Bild und so nutzen wir das selbst bei uns auch seit vielen Jahren und es funktioniert sehr gut. Zu guter Letzt dazu noch, bitte hol dir auch die Erlaubnis ein, schriftlich, dass du dieses Testimonial mit Foto, mit Namen verwenden kannst. Jetzt aber zum wichtigsten Punkt, nämlich wie sieht am Ende so ein Testimonial eigentlich aus? Ich zeige dir erstmal, so geht es nicht. Zum Beispiel, unser Ansprechpartner war sehr kompetent und wir waren zufrieden und wir würden wieder kaufen oder wir würden das weiterempfehlen. Der Trick für das perfekte Testimonial ist, dass am Anfang natürlich ein ganz konkretes Problem da gewesen sein muss und dass man dann erläutert, was waren wirklich die konkreten Schritte, Maßnahmen und Prozesse, wie das Unternehmen, der Dienstleister oder überhaupt der Ansprechpartner dann dieses Problem gelöst hat, welche ganz konkreten Maßnahmen dazu beigetragen haben und natürlich soll der sagen, dass er jetzt glücklich ist und dass er den jeweiligen Dienstleister, Unternehmer, Makler, was auch immer, weiter empfiehlt. Es gibt natürlich zwei unterschiedliche Varianten, Testimonials gewinnbringend für dich und dein Unternehmen zu nutzen. Zum einen kannst du Text-Testimonials nutzen, dann aber wirklich mit Bild des Testimonialgebers und mit Name und vielleicht sogar noch mit Ort und natürlich Videos. Bei Videomaterial ist es besonders wichtig, dass du auch mit Storytelling arbeitest. Das heißt also, hier brauchst du nicht ganz so kurze Videos machen, wie zum Beispiel das bei typischen Referenztexten üblich ist, sondern hier kannst du mit deinem Tippgeber beziehungsweise Testimonialgeber eine Story erzählen, die ihr gemeinsam innerhalb der Vermarktungszeit erlebt habt. Das funktioniert wirklich sehr gut und ich persönlich bin wirklich Freund davon, beides zu nutzen. Bewegtmaterial, aber auch Texte, die also auch immer gut auf Smartphones unterwegs funktionieren. Damit du am Ende nicht noch Ärger bekommst, weil du eventuell Bildmaterial oder Videomaterial nutzt, was du gar nicht verwenden darfst, sowas kann auch mal im Nachhinein noch kommen, empfehle ich dir, dir wirklich eine Erlaubnis, eine schriftliche Erlaubnis von deinem Testimonialgeber einzuholen. Natürlich auch in Bezug auf das Thema DSGVO ein Riesenthema. Also Vorsicht vor diesem Stolperstein. Ich persönlich mag Eigentümerveranstaltungen wirklich sehr. Du kannst also Eigentümer einladen, die Immobilien haben. Du kannst Unternehmen einladen, die zum Beispiel Immobilien haben oder auch Hausverwalter, potenzielle Tippgeber, vollkommen egal. Aber was das Ziel wirklich ist, daraus Kunden zu generieren, die dir letzten Endes frische Objekte besorgen. Ja, also letzten Endes ist dein Ziel, dass potenzielle Auftraggeber oder Tippgeber dich und deine Unternehmen kennenlernen. Und weiterführendes Ziel muss natürlich sein, dass sie an dich denken, wenn sie eine Immobilie zur Veräußerung haben oder zur Vermietung oder wie gesagt, wenn es jemanden gibt im Bekannten- oder Verwandtenkreis, dass sie wirklich an dich denken. Das Gute ist, wenn du weiterempfohlen wirst, dann hast du es wesentlich leichter, Alleinaufträge zu generieren und auch, ja, also die Vorgehensweise ist viel, viel leichter, als wenn du proaktiv immer selbst in die Akquise und vor allen Dingen in die Kaltakquise gehen musst. Denn dann musst du erzählen, wie toll du bist und was derjenige von dir hat und du bist die ganze Zeit im Verkaufen. Aber die Leute kaufen ja lieber. Das heißt, wenn du dich auf so einer Eigentümerveranstaltung als Experten platzierst, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst zum Thema, wie verkaufe ich eigentlich meine Immobilie privat oder welche Dinge muss ich berücksichtigen als Vermieter, welche Dinge muss ich als Eigentümer einer Immobilie berücksichtigen, vollkommen egal. Also alles Themen, die rund um deine Zielgruppe schwören. Ja, das können Themen sein für deinen Vortrag, für deine Veranstaltung. Jetzt ist es natürlich in Zeiten von Corona so, dass die Eigentümer nicht mehr so viel Lust haben, rauszugehen, zu Veranstaltungen zu gehen und es ist ja sogar zum Teil gesetzlich verboten, in gewissen Größenordnungen sich zu versammeln. Also von daher, nutz auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du auch Veranstaltungen über Zoom und so weiter anbieten kannst. Das funktioniert wirklich sehr gut und du hast natürlich auch wesentlich weniger Kosten. Wir machen Veranstaltungen in der Regel wirklich dann auch mit einem Mitarbeiter, mit Sekt und Häppchen. Wir bereiten es lange vor. Wir geben den Kunden auch eine lange Vorlaufzeit, damit sie auch in ihrem Kalender den Termin blocken und auch vor Ort kommen. Vielleicht bringen sie sogar noch jemanden mit. Also letzten Endes hat natürlich diese persönliche Veranstaltung sehr, sehr viele Vorteile, aber eben auch monetäre Nachteile. Definitiv. Und von daher finde ich also diese Online-Veranstaltungen sind eine sehr gelungene Möglichkeit, um auch, ja, sich als kleines Mini-Makler-Unternehmen großrangig zu platzieren. Und das finde ich persönlich sehr cool, denn so haben auch kleinere Unternehmen, Selbstständige, kleinere Makler einfach die Möglichkeit, den bestmöglichen Service zu bieten und einfach sich als Experte zu positionieren. Ja, also auch wir denken jetzt aktuell darüber nach, wie wir das möglichst professionell aufsetzen können, aber ich bin natürlich auch jemand, der eher in 80-20 denkt, ja, und mit möglichst wenig Aufwand die bestmöglichen Resultate rausholt. Ja, also das ist immer so mein Ziel und ich bin da auch nicht wirklich sehr perfektionistisch. Das Video ist jetzt auch ganz easy-peasy aus der Hüfte raus, aus einer Idee heraus für dich aufgenommen, ohne dass ich da jetzt ganz lange mir vorher Notizen mache, 18-mal schneiden muss oder meinen Kameramann irgendwie extra einladen muss. Also von daher, nimm wirklich die leichteste Art, wie du das umsetzen kannst, überleg dir, wie könnte der ungefähre Ablauf sein, welche Themen interessiert deine Zielgruppe und wie kannst du dann zwischen den Zeilen auch dich als Experte platzieren und positionieren als zukünftiger Immobilienmakler, der dann die Immobilie vermarkten kann, wenn denn mal eine zur Vermarktung steht. Und das finde ich persönlich ganz cool. Ich würde mich natürlich freuen, was du davon hältst, wie du sowas vielleicht sogar schon vorangetrieben hast, dann freue ich mich auf den Austausch. Schreib gerne mal hier unten in die Kommentare rein und ja, bin gespannt, wie da grundsätzlich so deine Feedback ist, deine Rückmeldung ist, ob du daraus Geschäft generierst, wie das vielleicht auch war, als du offline Veranstaltungen gemacht hast, zu welchen Themen. Also da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, wenn wir hier unten in den Kommentaren von dir lesen. Vielleicht noch mal kurz zu einem ganz entscheidenden Vorteil und einem ganz entscheidenden Argument für so eine Veranstaltung, egal ob offline oder online. Der potenzielle Auftraggeber oder zukünftige Tippgeber, zukünftiger Fan kann ich erst mal kennenlernen, ja, auch auf eine gewisse Distanz. Er ist nicht verpflichtet, sofort dir irgendwie einen Auftrag zu geben oder dergleichen. Das heißt, er kann einfach erst mal schauen, wer bist du, ja, resoniert das, ist das gut und will man in Zukunft einfach auch mit dir als Immobilienmakler zu tun haben und in der Regel kannst du dich ja wirklich gut fachlich positionieren und kannst einfach auch zeigen, was du bietest, wenn eine Immobilie in die Vermarktung kommt und was die Vorteile sind, wenn man dann eben doch mit einem Immobilienmakler zusammenarbeitet. Wenn du hier weiterführende Informationen brauchst, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich sehr gerne. Wir bieten ja das Online-Maklertraining an oder wenn du wirklich ein 1 zu 1 Coaching brauchst, dann guck auch gerne mal bei www.vanessa-wenk.de slash mentoring und dann machen wir das natürlich auch persönlich. So, das Warten hat sich gelohnt. Ich zeige dir jetzt noch das ultimativ perfekte Testimonial, wie du wirklich alles einmal, was ich dir jetzt an Tipps und Tricks genannt habe, mit integrierst und am Ende des Tages da definitiv das Vertrauen der Kunden generierst und natürlich viel, viel mehr Aufträge. Also, los geht's! Zum Beispiel so. Anna und Bernhard Müller aus Karlsruhe. Wir haben uns seit geraumer Zeit Gedanken gemacht, unsere viel zu groß gewordene Immobilie zu verkaufen. Am liebsten so einfach und schnell, aber auch so sicher wie möglich zum besten Preis. Aber wir hatten am Anfang natürlich auch große Bedenken, denn Immobilienmakler haben natürlich auch nicht immer den besten Ruf. Dann habe ich aber Vanessa Wenck von der Immo Wenck GmbH kennengelernt. Sie hat wirklich Ahnung von ihrem Fach und sogar ein privates Bieterverfahren mit Besichtigungsveranstaltungen aufgesetzt und damit schlussendlich eine Familie gefunden, die wirklich bereit war, einen richtig guten Preis zu zahlen. Dass in unsere Immobilie jetzt wieder frischer Wind einkehrt und wir jetzt für unsere Rente ein richtig gutes Polster haben, haben wir Frau Wenck zu verdanken. Wir werden Sie definitiv weiter empfehlen. Danke für die tolle Zusammenarbeit. Also das ist jetzt so ein perfektes Testimonial für einen Dienstleister, für einen Immobilienmakler. Sicherlich kannst du dir da einfach nochmal so ein paar Dinge rausschreiben und das als Inspiration nutzen für deine zukünftigen Testimonials. Ja, letzter Tipp hiermit. Ich würde dir empfehlen, wirklich so viele Zitate wie möglich zu nutzen. Je mehr Zitate du hast, desto größer wird das Vertrauen zu dir. Ich habe dir aber natürlich noch einen Spezialtipp versprochen und zwar denkst du jetzt vielleicht auch drüber nach okay, wo kriege ich denn jetzt solche Testimonials her oder was ist wirklich besonders werbetauglich und ich hatte dir ja zu Beginn auch schon erzählt, dass George Clooney für Nespresso das Testimonial Gesicht schlechthin ist und dass du aber auch hier einfach mal drüber nachdenken kannst, eventuell einen Influencer oder jemanden, der wirklich in der Gesellschaft für deine Zielgruppe ein gutes Gesicht, einen guten Namen hätte, kannst du wirklich auch beauftragen, so etwas zu erstellen. Also ein Testimonial von einem Influencer oder von einer bekannten Person, die die Gesellschaft kennt und damit in Zusammenhang bringt. Vielleicht sogar in deinem Ort der Bürgermeister, der zu dir eine positive Referenz gibt. Oder fällt dir sonst noch jemand Spannendes ein, der dich und deine Marke unterstützt. Ich hoffe, dass du richtig viele Learnings hattest. Wenn dich das Ganze interessiert, wenn du vielleicht sogar Interesse hast, an der Immobilienbranche und in dieser Branche durchzustarten, bist du hier genau an der richtigen Adresse. Ich freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Wenn du zum Beispiel interessiert bist am Online-Makler-Training, schau doch gerne mal vorbei unter www.vanessa-wenk.de Natürlich sind auch solche Themen da nochmal ganz, ganz tief verwurzelt und ich hoffe, dass du damit ganz, ganz viel lernen kannst und natürlich Umsatz generieren kannst. Ich freue mich, wenn ich dich im nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, bitte abonniere noch schnell den Channel und aktiviere die Glocke, dann sehen wir uns ganz schnell wieder versprochen. Liebe Grüße, deine Vanessa und tschüss. Tschüss.